Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung, die daraus endresultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure aus dem Jahr 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits drei Titel gibt. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Herzlich willkommen zum Versuch der Aufzeichnung einer weiteren oder mehrerer weiterer Folgen zu Siberia The World Before. So, dass wir ja schon an den letzten beiden Sonntagen ein bisschen gespielt haben hier. Ja, etwa 50% hat das Spiel, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, haben wir schon geschafft. Das ist hier unser zweites Profil mit 7 Stunden 17. Das heißt, wir rechnen in etwa mit 15 Stunden Spielzeit. Das können also noch zwei Abende werden. Gut, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Ich bin mir gar nicht so sicher. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Wir waren hier stehen geblieben auf dem Musikplatz von Wagen. Wir hatten uns letzte Sitzung, letzten Durchgang, mehrere Folgen lang mit der Berghütte beschäftigt und der Vergangenheit, die auf der Berghütte passiert ist. Wir sind immer noch auf der Suche nach Dana Rose, beziehungsweise nach Informationen, wer oder was sie gemacht hat. Und wir spielen hier Kate Walker, die immer wieder Informationen, Weggefährten und sowas findet von Dana Rose, die eben während der Vorbereitungszeit des Zweiten Weltkrieges, muss man sagen, also in den 1930ern, zweite Hälfte, gelebt hat. Wir wissen nicht, wie lange sie gelebt hat. Wir wissen nur, dass sie Musik in der Musikschule war, Klavier gelernt hat und das wurde auch ziemlich gut. Und dass sie eine Zeit lang da auf dieser Berghütte verbracht hat, wo sie scheinbar auch einen jungen Mann kennengelernt hat. Und dann gab es Verwicklungen, beziehungsweise Unklarheiten, was aus denen geworden ist. Und unser nächster Hinweispunkt ist eben diese Musikschule, an der sie gewesen ist, die zu der Zeit, wo sie da war, sehr prestigeträchtig war scheinbar und auch bekannt und mittlerweile das nicht mehr ist. Und wir waren genau an diesem Punkt angekommen. Dass wir quasi, ja, dort hineinschauen wollten. Das ist hier sogar nummeriert als Kapitel 16. Genau. Und da sind wir und wollen nach einer Akte fragen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Muss immer aufpassen, das ist beim letzten Mal mir schon mehrfach passiert. Hier gibt es auch immer mal Nebenaufgaben. Und diese Nebenaufgaben sind nicht immer so, also die werden hier auch mal so subtil eingeblendet. Aber man kann es leicht übersehen. Und das ist unschön, wenn man es so nämlich übersieht, dann macht man die womöglich auch nicht und bekommt dann nur dadurch, dass es sozusagen durchgestrichen wird, den Hinweis, dass man es nicht geschafft hat. Und das ist ja nicht so schön. Ich würde ja lieber auch die Nebenaufgaben lösen wollen. So, dann gucken wir uns mal um. Die Zeremonie Die, bei der sich hunderte von Menschen auf die Straßen von Wagen versammelten, muss nicht auf den Straßen, gipfelte in einem feierlichen Tribut für die Helden der Befreiung an der Musikakademie Wagen, gefolgt von einem ausgelassenen Ball im Freien auf dem Musikplatz. Die Befreiung verwandelte Ostertal und gab der Welt neue Hoffnung, sagte der Bürgermeister von Wagen in einer Ansprache vor der symbolträchtigen Musikakademie, wo er Veteranen und Widerstandsmitglieder ehrte, darunter Marc Thomas, Jules Macar und Yvonne Leclercq. Die Musikakademie vor dem Krieg, eine altehrwürdige Lehranstalt, wurde zunächst zur Kommandantur der Braunschatten, bevor sie nach der Befreiung der Befreiung als Hauptquartier der Alliierten diente. Nach Abzug der Alliierten und dank der finanziellen Hilfe des Marschallplans konnte sie ihre ursprüngliche Rolle als Unterrichtsstädte für Musik wieder aufnehmen. Der Rektor der Akademie beschloss den Festtag mit etwas ernsteren Worten. Der über zwei Jahrzehnte anhaltende Rückgang der Studierendenzahlen in Kombination mit den Kürzungen der Mittel durch den Stadtrat, dank des fortgesetzten Sparkurses der Stadt, hat die Akademie in eine schwere finanzielle Krise gestürzt. Er warnte, dass die Schließung der Akademie unmittelbar bevorsteht. Wagensfestag zu ihrer Befreiung war der letzte in einer Reihe von 60 Jahrfeiern in Ostertal, mit denen kritischer Momente gedacht wurden, die zur Kapitulation der Braunschatten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs führten. Ja, also wir haben hier einen sehr deutlichen historischen Bezug, der aber ein Stück weit fiktiv ist. Also Ostertal ist ein Land, ein fiktives Land, in der Nähe oder etwas überlappend mit Österreich. Grenzt an die Schweiz, Frankreich und Deutschland, also nicht so viele Möglichkeiten. Und genau, wir sind jetzt also hier in dieser etwas heruntergekommene Musikakademie. Räumungsbescheid. Auch wieder da haben wir was zu lesen. Der Stadtrat. Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß der Regelung des IRD 136.2 wird Ihnen hiermit die Aufforderung zugestellt, dass ich im Eigentum der Stadtbewahrungsbefindliche von Ihnen derzeit genutze Grundstück bis zum 26. November 2005 zu räumen. Grund des Räumungsbescheids. Räumnis der Mietzahlung und Zahlungsrückstand nach Aufforderung gemäß IRD 136.4. Eine Mahnung wurde Ihnen am 15. September 2005 zugestellt. Sie haben es Ihnen doch auch daraufhin versorgt, die für den Zeitraum vom 15. Juni bis zum 15. Oktober fällige Miete zu zahlen. Hiermit klären wir Sie über Ihr Recht auf die Räumung durch Zahlung des vollen noch ausstehenden Betrags vor Ablauf der Kündigungsfrist vom 15. Oktober 2005 abzuwenden. Ich versichere hiermit eine beglaubigte Kopie dieses Schreibens am 15. Oktober um 10.15 Uhr an Herrn Maximilian Mahler übergeben zu haben, Wolfgang Schneider Bürgermeister von Wagen. Also hier gibt es offensichtlich Probleme. Die Schule läuft nicht gut und offensichtlich hat die Stadt auch nicht so richtig Bock auf diese Musikschule. Wir haben auch schon erfahren, dass der Musikplatz, der eigentlich so ein elaboriertes Steampunk-Bauwerk ist, wenn man will, das quasi auf die Musik reagiert, wenn man so sagen kann, die da jemand auf der Orgel spielt und dann quasi eine komplexe Animation abläuft, dass man das automatisieren will, damit es für die Touristen zuverlässig gezeigt werden kann. Sie sehen wie Kündigungsschreiben aus. Vermutlich haben Sie Ihre Rechnung schon länger nicht gezahlt. Wir haben jetzt nicht gesehen, glaube ich, was wir hier gesehen haben. Der Räumungsbescheid sieht so aus. Und ungeöffnete Briefe, die sehen so aus. Und hier sind alte Poster noch an der Wand offensichtlich. Die haben wir uns auch angeguckt und da war auch dieser Artikel dabei, den wir gelesen haben. Das ist also die berühmte Musikakademie Wagen? Die habe ich mir anders vorgestellt. Ich glaube, das haben wir uns alle anders vorgestellt. Es gibt ja offenbar auch noch ein paar, man würde es Musikinstrumente nennen können, die da so rumstehen. Aber es ist offensichtlich ja nicht nur so, dass es einen stierenden Rückgang gibt, sondern hier ist ja gar niemand. Offenbar versucht der Rektor verzweifelt, die Betriebskosten der Akademie zu reduzieren. Nur für Notfälle. Dies ist kein öffentliches Telefon. Okay, jetzt kann ich hier tatsächlich eine Nummer eintippen. Ich muss aber zugeben, dass ich jetzt auch gar keine Nummer wüsste. Man muss auch sagen, dass das Telefon im gerechtigen Gegensatz zum Rest der Stadt und auch hier der Ausstattung in diesem Raum viel zu neumodisch aussieht. Ich meine, das ist ein kabelloses Telefon. Offensichtlich nicht sogar so kabellos, dass nicht mal in das Bassgerät ein Kabel geht. Das ist ja eher untypisch. Na, jemand aber nicht gut drauf. Pardon, Sie haben mich erschreckt. So, jetzt. Was wollen Sie, Lakai des Stadtrats? Ich bin nicht vom Stadtrat. Ich bin eine Besucherin. Ich bin hier, weil ich gehofft hatte, hier die Akte einer Studentin aus den 1930ern einzusehen. Ach. Tut mir leid. Aber ich habe keine Zeit, 70 Jahre alte Akten austraben. Ich habe hier viel zu tun, verstehen Sie? Man sieht, dass Sie etwas überfordert sind. Wo ist der Rest des Personals? Oder kann mir ein Student weiterhelfen? Sie stehen vor dem Rektor und dem einzigen Angestellten dieser Akademie. Mein Name ist Maximilian Mahler. Und es ist meine Aufgabe, mich um alles auf dem Gelände zu kümmern. Instandhaltung, Archivierung, alles, bevor wir nächsten Monat schließen. Also, dürfte ich Sie bitten? Es tut mir sehr leid zu hören, dass Sie schließen. Und ich sehe, Sie sind extrem beschäftigt, aber ich bin so weit gereist, um Sie zu finden. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie suchen könnten. Es ist mir wirklich wichtig. Ebenso, wie mir dieser Ort wichtig ist. Und ich würde zu gern noch einmal das mechanische Orchester spielen hören, bevor die Akademie schließt. Mhm. Jedenfalls. Aber, ach, das wird nicht gehen. Äh, außer? Außer was? Also, nun ja. Ja, na gut. Wenn ich also das mechanische Orchester in Gang kriege, besorgen Sie mir die Akte, ja? Natürlich. Natürlich. Okay, ich versuche es. Sie haben echt Glück. Ich kenne Mechanismen wie die auf dem Platz schon. Na, wenn das so ist, verspreche ich Ihnen, Sie bekommen die Akte. Im Gegenzug für Ihre Hilfe. Hm. Danke. Aber ich muss Sie warnen. Der Platz hat im Laufe der Jahre so einige Veränderungen durchgemacht. Und an manche Teile des Mechanismus kommt man sehr schlecht heran. Keine Sorge. Ich mache mich dünn und schlüpfe durch die Ritzen. Einige davon finden Sie über den Platz verteilt. Einige andere im Urturm. Wenn Sie mich jetzt kurz entschuldigen. Was machen Sie? Also, wie hieß die Studentin, an der Sie interessiert sind? Rose. Dana Rose. Und in welchem Jahr hat Sie unsere Illustra-Akademie besucht? In den 30ern. 1937, um genau zu sein. Hm. Da haben wir Sie. Und hier finden Sie die jährlichen Inspektionsberichte der Mechanismen von Frau Beckmann. Frau Beckmann? Sie war in den genannten Jahren Direktorin der Akademie. Die sind von 1937. Wie Sie sehen, habe ich ein fabelhaftes Gedächtnis für Archivdinge. Deshalb habe ich die von Frau Beckmann ausgewählt, weil da etwas über diese besagte Edna Rose drinsteht. Dana, Dana Rose. Ja, ja. Außerdem finden Sie darin auch Noten mit Annotationen. Das ist die Hymne von Wagen, die Sie auf dem Klavier auf dem Platz spielen müssen, um das Automatenorchester zu aktivieren. Natürlich erst, nachdem Sie die Mechanismen repariert haben. Nun gut. Bitte sehr. Worauf warten Sie noch? Hm. Man arbeitet auf dem Boden. So, jetzt sollen wir in der Kiste suchen. Na, dann suchen wir mal. Diese Noten sind für die Klavierstimme der Hymne von Wagen. Jemand hat Notizen hinzugefügt. Die könnten mir helfen, die Hymne auf dem Klavier auf dem Platz zu spielen, wie der Rektor mich gebeten hat. Wäre ja nicht schlecht. Okay. 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 Das wäre ja wirklich nicht schlecht. Wenn wir ihn drehen, dann können wir ihn drehen. Aber das sieht auch nicht besser aus. Nö. So mäßig gut archiviert, würde ich sagen. Hm. Ich frage mich, was das darstellt. Die Tabelle. Hm. Oh. Und noch was. Der Bericht, den die Rektorin der Akademie mit Danas Hilfe in den 30ern angefertigt hat. Ihr derzeitige Rektor sagt, ich sollte alle Informationen darin finden, die ich zur Reparatur des Mechanismus auf dem Platz brauche. Hm. Gut. Haben wir alles gefunden. Gleich mal. Inspektionsbericht der Musikakademie. 12. Oktober 1937. Heute ist die Inspektion der Musikmechanismen fällig, mit denen die Studenten ihr Talent öffentlich vorführen und wir den Bewohnern unseres schönen Städtchens die Qualität unseres Unterrichts demonstrieren können. Wie jedes Jahr brauchte ich einen freiwilligen Studenten, um mir bei der Inspektion zu assistieren. Und dieses Jahr war die Wahl offensichtlich. Hm. Mir geht es gut, wirklich. Du wirkst angeschlagen, liebes und nervös. Nein, es ist nur... Es ist nur, dass ich nichts von Leon gehört habe, seit er mit der Ursprungsexpedition kanterlassen hat. Und außerdem... Wir haben Gesellschaft. Erzähl's mir später, ja? Bleib in der Zwischenzeit brav und gesund. Hm. Du auch, Junta. Alles in Ordnung? Sie wirken mitgenommen. Wir wollen doch nicht, dass eine unserer besten Studentinnen krank wird, nicht wahr? Nein. Das wollen wir nicht. Danke der Nachfrage, Frau Beckmann, aber ich bin nur etwas müde, sonst nichts. Und wer war diese Dame? Ähm, eine Freundin. Eine Sommerbekanntschaft. Sie pflegen einen ungewöhnlichen Umgang, Fräulein Rose. Naja. Ich habe etwas für Sie, das Sie auf andere Gedanken bringt. Aha. Wären Sie daran interessiert, die Mechanismen zu sehen, dank derer Sie letzten Frühling hier brillieren konnten? Oh, das wäre wundervoll. Gut. Kommen Sie zu mir in den Pavillon, wenn Sie einen Augenblick haben. Aber warten Sie nicht zu lang. Hm. Genau. Jetzt machen wir wieder eine quasi Zeitreise. Wir sehen quasi in der Vergangenheit, wie das gelaufen ist. Wir mögen auch da noch Elemente kennenlernen, die wir für die Zukunft wissen müssten. Und, ähm, müssen dann wahrscheinlich das, was hier in der Vergangenheit uns gezeigt wird, in der Gegenwart irgendwie nutzbar machen. Ich werde mal kurz noch schauen, warum es jetzt dann doch wieder ein, zwei Ruckler gab. Insbesondere beim Ton ist das ja immer noch sehr, äh, ärgerlich. Ich werde mal hoffen, dass wir das hier nicht wieder zur Regel machen wollen. Sehen Sie mal, Fräulein. Unglaublich. Ja, nicht wahr? Sehen Sie die Fähnchen? Jedes mechanische Gehäuse eines Musikautomaten auf dem Platz wird von einem dieser Fähnchen repräsentiert. Aha. Faszinierend. Heute werden Sie gewartet. Jeder Mechanismus wurde von einem Akademiemitarbeiter inspiziert. Theoretisch funktionieren Sie alle. Aber wenn Sie möchten, können Sie für mich bei den Wartungsmitarbeitern vorbeischauen und Ihre Berichte abholen. Das wäre ein großer Gefallen. Ich muss das Klavier im Pavillon testen. Außerdem haben Sie so die Chance, einen Einblick in alle Mechanismen der Automaten zu bekommen. Danke, das wäre großartig. Hier, nehmen Sie. Damit können Sie den Wartungsraum öffnen, der zu dem eindrucksvollsten aller Mechanismen führt, dem des Urturms. Danke, Frau Beckmann. Haben Sie noch Fragen, bevor Sie gehen? Es war unglaublich, als das mechanische Orchester mich letztes Frühjahr begleitet hat. Aber wieso spielt es in genau demselben Tempo wie das Klavier? Ein solches Wunderwerk. Oh, das ist kein Wunderwerk, Fräulein. Nur ein Uhrwerk. Das Klavier ist mit dem Mechanismus verbunden, den Sie inspizieren werden. Und durch diese Verbindung wird die Hymne von Wagen gespielt. Das gibt den Rhythmus und die Intensität des Spiels vor. Und das löst alles andere aus. Wissen Sie, wer das mechanische Orchester erschuf? Mein Vater sagt, es existierte noch nicht, als er klein war. Sie wurden von einem seltsamen, jungen französischen Erfinder namens Vorarlberg gebaut, vor ein paar Jahren. Ich habe gehört, er ist auf seinem Weg nach Osten durch Wagen gereist. Er ist unmittelbar nach dem großen Brand, der die Stadt zerstörte. Die Legende von Vera Schönberg hat ihn sehr bewegt. Die Virtuosen, die dort ums Leben kamen. Er bot seine Talente an, um die Stadt wieder aufzubauen und das mechanische Orchester zu erschaffen. Hm. Ja. Was ist aus Vera Schönberg geworden? Meine Mutter sagt, es sei eine sehr traurige Geschichte. Da hat sie recht. Sie wissen sicher, dass Vera Schönberg Anfang des Jahrhunderts Wagens berühmteste Musikerin war. Aber ihre Legende wurde an dem Abend geboren, als sie ein Cello-Konzert spielte. Genau hier auf dem Platz. Gleichzeitig war das der Abend des schlimmsten Brandes in Wagens neuerer Geschichte. Und Frau Schönberg, Sie, Sie kam bei dem Brand um, oder? Ja, genau. Wie alle anderen Musiker auch und das gesamte Publikum. Sie waren umzingelt von Flammen, gefangen auf dem Platz. Wie entsetzlich. Entsetzlich, in der Tat. Aber laut der Legende spielte Vera Schönberg Wagens Hymne bis zum Ende weiter. Ihr war klar, dass sie alle sterben würden. Und ihre Musik brachte ihnen in ihren letzten Momenten Seelenfrieden. Dieser Automat, mit dem sie letztes Jahr gespielt haben, ist nach ihrem Vorbild gebaut, als letzter Tribut. Das wusste ich nicht. Tja, jetzt wissen Sie alles über die Legende von Vera Schönberg. Brauchen Sie noch etwas, Fräulein Rose? Ich gehe zu den Wartungsmitarbeitern. Gut. Danke, Fräulein Rose. Ja, also diesen Schlüssel brauchen wir ganz sicher auch noch. Müssen wir dann auch rauskriegen. Laut Frau Beckmann öffnet der den Wartungsraum neben dem Urturm. So, da haben wir wieder einen Zeitwechsel. Dank des Dokuments, das Kate 2005 gefunden hat, können Sie die Ereignisse in der Vergangenheit, die dort beschrieben sind, selbst erleben. Nutzen Sie die Information, die Dana in der Vergangenheit gewinnt, um mit Kate weiterzukommen. Und dann können wir jetzt zwischen den beiden hin und her wechseln. Das hatten wir auch schon mal. Ich weiß gar nicht, warum er uns da nochmal dran erinnert. Aber, das sei es. So, also wir müssen das mechanische Orchester reparieren. Dafür die Automaten auf dem Platz reparieren und den Mechanismus im Urturm. Und jetzt müssen wir eben Dinge hier. Nö, das wollte ich. Die Wartungsmitarbeiter finden Sie jeweils neben den Musikmechanismen. Genau. Dann müssen wir da heruntergehen. Schwupp, schwupp. Und dann müssen wir mal mit denen sprechen. Und dann müssen wir mal mit denen sprechen. Er wirkt betriebsbereit. Da ist ein Dings davor. Ein Schloss. 1973 ist die Wahl. Das müssen wir wahrscheinlich wissen. Sie kommen von Frau Beckmann, richtig? Sie können ihr sagen, dass es mit diesem Automaten kein Problem gibt. Er muss nur gereinigt und geölt werden. Sie können gerne einen Blick auf den Mechanismus werfen. Das haben wir ja gerade gemacht. Hier können wir ein bisschen Introspektion machen. Das ist normalerweise auch eine Aufgabe. Aufgabe, aber das haben wir ja dieses Mal ja nicht. Kaum zu glauben, dass mein Auftritt hier erst sechs Monate her ist. Sechs Monate. Kommt mir vor wie ein ganzes Leben. So viel ist geschehen. Ich habe Leon getroffen. Es wäre so gut, wenn er jetzt hier wäre. Ich freue mich so über seine Briefe, seit er mit der Expedition in Balthaya ist. Seine Beschreibung der Hauptstadt Kanta klingt nach einer Traumstadt. Wir haben uns so viel geschrieben. Und ich liebe es, zwischen den Zeilen zu lesen. Aber keine Nachricht, seit die Expedition Kanta verlassen hat. Ich hoffe nur, es geht ihm gut. Hm. Ja, also das Mysterium um Leon ist auch noch, glaube ich, zukünftig hier relevant. Gut, jetzt ist die Frage, wenn können wir schon was machen. Offenbar hatte der Rektor recht, Oskar. Ich sollte die Mechanismen finden können, die er repariert haben möchte. Indem ich dem Weg folge, den Dana in dem Bericht beschreibt. Ja, wenn wir heute noch Zugang dazu finden, Kate Walker. Ich bin so froh, dass Sie Ihren legendären Optimismus nicht verloren haben, lieber Oskar. So, können wir ihn jetzt hier nochmal ansprechen? Entschuldigung. Hallo? Was denn noch? Es gibt nur ein Problem. Selbst wenn ich es schaffe, alle Teile des mechanischen Orchesters zu reparieren, muss ich immer noch das Klavier richtig spielen. Und ich habe seit der Schule nicht mehr Klavier gespielt. Mom hat mir eines gekauft, als ich klein war, aber richtig gut war ich nie. Keine Sorge, Sie müssen keine Virtuosin sein, um den Mechanismus zu aktivieren. Das mechanische Orchester kommt heraus, wenn Sie alle Noten spielen. In der richtigen Reihenfolge. Aber der Rhythmus ist egal. Sie müssen nur Noten lesen können. Sie sind wohl nicht von der Modernisierung, das war's begeistert. Der Stadtrat hat es in seiner großen Weisheit für veraltet und unberechenbar befunden, dass die Musikautomaten vom besten Studenten der Akademie ausgelöst werden oder von einem Solisten oder Virtuosen von auswärts. Ganz zu schweigen von Straßenkünstlern, die ziehen keine Touristen an. Nein, Sie wollen die Aktivierung des mechanischen Konzerts elektronisch und über Computer steuern. Damit es regelmäßig abläuft, wie bei einer Zirkusnummer. Wurde es gemacht? Oh, die Gespräche zogen sich ewig hin, aber nichts wurde je unternommen. Und so wurde der Platz immer mehr vernachlässigt. Und die mechanischen Automaten begannen zu verfallen. Warum soll die Akademie schließen? Ganz einfach. Wir haben keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht. Kein Unterricht, keine Akademie. Und warum gibt es keine Studenten, wenn das keine dumme Frage ist? Weil der Bürgermeister uns die Mittel kürzt hat, mit denen unsere Institution einst Weltruhm erlangte. Warum hat er das getan? Ah, knapper Haushalt offenbar. Also kein Personal, keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht, kapiert. Aber ganz unter uns gesagt, meiner Meinung nach ist das nur eine Ausrede, um uns aus dem Gebäude zu drängen. Und warum sollte das jemand wollen? Damit andere reich werden. Gierige Bauträger, die unsere Institution in Läden aufteilen wollen. In Apartments und Büroflächen. Genau wie bei allen anderen Gebäuden rund um den Musikplatz. Dann mache ich mich auf den Weg. Ja. Und viel Glück mit den Mechanismen. Da ersetzt also auch die Gentrifizierung mitten im fiktiven Österreicher. Wir haben übrigens immer noch nicht die notwendigen Schlüssel. Den hat er uns auch nicht gegeben. Interessant, was wir jetzt da machen können. Dann hoffe ich doch, dass ich das zumindest richtig gesehen habe. 1973. Ja, das wird ja so schön. Einfach so. Genau. Und jetzt muss man die Dinger wahrscheinlich hier irgendwie noch so hinschieben. Okay, damit kann man sie drehen. Kann man hier mitmachen? Hm. Wir sind wieder an einem Punkt angekommen. Hier können wir sie drehen. Hier können wir die Sache reinschieben. Das ist wohl richtig. Ah, und so kann man sie dann doch nach oben und unten verschieben. Na gut. Ich glaube, dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal machen müssen. Jetzt haben wir aber wieder eine gemütliche Folge quasi hinter uns. Ungefähr 35 Minuten lang. So, dass ich an dieser Stelle einen kurzen, keine Pause einlege und dann geht es direkt mit dem Stream weiter. Aber die Aufzeichnung endet hier und wir werden dann in der nächsten Folge schauen, wie wir denn wohl diese Automaten repariert bekommen. Das werden jetzt wahrscheinlich auch mehrere Rätsel sein, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Insofern, in der nächsten Folge geht es weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt es als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann. Das ganze Let's Play gibt es unten.